Kannst du doch hochbauen. Da ist Wasser, pass auf. Alter Junge. Hier ist viel Kohle, da unten ist ein Enderman, da hinten ist ein Zombie, da unten ist ein Creeper. Aber der Enderman ist aggressiv, hab ich das Gefühl. Der ist nicht aggressiv. So, Junge, ziehst du den an? Ach doch nicht. Du brauchst die ganze Kohle ab. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass ein Zombie um die Ecke und unten ist ein Creeper und der Enderman. Ja. Das ist da hinten, der ist einfach schwarz. Ah, okay, jetzt kommt das Ding angelaufen. Wenigstens kann ich hier alles schön wechseln, aber das ist das einzig Gute, was ich noch hab. Ohne Scheiß. Ja, wo bist du hin? Ich hab dann Enderman angeguckt. Die Ender Chests hast du da jetzt mitgenommen, oder? Ja. Alter. Alter. Alex, die, nimm sie dir. Alter. Ja, ich hab den jetzt flambiert, jetzt ist der weg. Der hat dann keinen Bock mehr, wenn man den flambiert hat, das ist scheiße, grad eben. Aber ich, der war standvoller, also hab ich auf jeden Fall eingeschlagen. Der Junge, wir finden ihn nie wieder raus, ich weiß nicht. Aber, ja, wir bauen uns einfach hoch. Ähm, der kommt nicht mehr hierher, weil er, weil ich ihn angezündet hab, mit meinem Schwert immer. Ich flamm, für Enderman angeguckt ist das Schwert mit Fire wirklich scheiße, weil dann kommen die nicht mehr wieder, wenn man die anzündet. So, da unten ist auch noch ein, ist auch noch ein. Da unten ist noch ein Creeper. Willst du mal weggehen, dann kann ich ihn abschießen. Willst du mal einen Bogen. Ist da noch was links, wo du jetzt hin bist? Nix, okay, gut. Ich guck gerade mal, ich will mal ein bisschen leuchtig, leuchtig machen. Ich schieße ihm direkt einfach von oben in den Kopf rein. Weg damit. Ah, da unten ist noch ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle, ein bisschen... Voll tief, ja, ich geh gerade so tief hier rein. Aber tiefer, tiefer geht's nicht rein, okay. So. Oh, ich hab das alles schon gesehen, mit der Kohle und sowas. Gut, was anderes hab ich jetzt auch nicht erkannt. Was ist der Kohle? Hier ist Lava, aber keine Diamanten gesichtet. Ne. Gut, auf was für eine Höhe sind wir? Wir sind auf Höhe zwölf, okay. Ich buddle hier einfach mal rein. Höhe elf. Okay. Komm schon, bitte. Ich buddle lieber Lava, also bitte gib mir einfach Diamanten. Da könnten ja durch Zufall welche liegen. Nur so aus Zufall. Es war. Bitte. Ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, fast sechs, sechs, Kohle, Alex. Packt die Ordnung, wenn die noch relativ frei ist. Nein, die ist überhaupt nicht gerade relativ frei. Die ist relativ zu. Ja, gut, ich hab meine sortiert für. Ja, wo bist du da unten? Kannst du kannst du dahehen? Ich hab hier nur Lava, hast du durchgebuddelt. Ja, äh, wie, wo, hä? Nein, du hast dich ja durchgebuddelt. Nein, nein, ich hab noch kein. Ja, an der Seite, ja. Ich wollte nur ein bisschen um die Lava herum herum, um zu gucken, ob die irgendwo Dias sind. Hm. Ich buddle mich auch gerade noch mal von der anderen Seite durch. Weil, diese Chance um die Lava herum, Dias zu finden, ist einfach so huge, wie mein Pimmel. So, äh, hier ist auch noch Dings, hier ist auch noch eine Lava-Höhle. Gut. Was macht mich für den Stress? Wo hab ich die Scheiße? Äh, da. Oh, hier waren wir ja schon. Wie kamen wir her? Jetzt sag mal, kannst du ja, dass der Inventar voll ist, weil du den, äh, klinst und nicht mehr aufnimmst. Ja, leu. Oh, die Blöcke, hammergeil. Ja, mit Behutsamkeit, ja. Könnten wir auch mit den Dias machen. Die als Blöcke erstmal aufheben und dann später erst zu Hause aufbauen und dann mit Glück abhauen. Was hast du aber für eine Glück? Glück drei. Zwei? Drei. Ah, der Junge ist aus Höchst, oder? Ansonst. Hier ist noch Kohle, glaube ich. Ja. Ah, das kann auch überall Lava sein, gerade hier. Beim Rest wieder? Beim Rest wieder? Ja. Ja, aber... Jungen, ohne Scheiße, ey. Ich bin in dieser Leer von diesem fucking Drecks, shit, und finde keine Dias. Wenn nicht wahr sein. So, ich sprung mir einfach mal hier rein. Ja, komm jetzt. Okay. Okay. So, wo bist du? Du bist ja im Hauptgang quasi. Na ja, was heißt, was heißt, was heißt Hauptgang? Äh, ich sehe, ist mein anderer Gang. Wo bist du hin? Das willst du auch gern. Ja, toll. Super, ja. Von wo aus bist du nur weiter. Ich komm, ich komm zurück. Ich weiß, müssen wir auch mal wissen, wo ich zurückkomme. Gut. Jetzt bin ich wieder im Hauptgang. Ja, was für ein? Ja, wo wir ganz am Anfang waren. Ah, Bo, wie kommen wir denn noch zurück? Wo ich dir gesagt habe, ja komm, ich bin wieder bei uns in ein Gang, glaube ich, oder? Nein, nein, wenn ich noch nicht. So, wie der ist hier denn wohl dann. Äh. Wo sind wir mal unsere Gänge gewesen? Hammer geil. Der ist hier. Ich bin also so ein Hauptgang. Also in diesem Hauptding. Gerade. Da, wo wir halt quasi herkommen. Da, wo, ähm, ja. Ich sehe dich nicht. Ich soll schon dein Name, wenn ich mich umdrehe. Ja, was du keine Ahnung bist du? Ich bin, ich bin, ich bin bei unseren Gang. Bei unseren zwei Gang. Aber bei diesen anderen hier, oder was? Ne, bei unseren ursprünglichen zwei Gang. Ach, da, junge, junge. Ja, gut, ich bin in der Nähe. Ich bin da raus, wo wir herkamen, ja. Gut. Du bist ja ganz da hinten, okay. Mal gucken. Da bist. Hier sind auf jeden Fall schon mal wieder Knochen drin, scheiß. Hab ich, hör dich. Ja, du bist über mir. Seh dich. Da bist du doch. Ja, gut. Was machen wir jetzt weiter hier, oder was? Aber der wird da aus voll. Äh, toll. Wie weit? Voll. Ja, du hast noch Platz in der Endertruhe. Dann mach, machen wir da was rein. Da hab ich kein Platz mehr drin. Ja, gut. Dann, ich guck grad mal bei mir. Ja, ich hab noch viel Platz. Ich hab noch, äh, drei, vier, fünf, sechs und neun, also neun und sechs, 15 Blätze frei. Mach da grad mal über alles von mir rein, einfach. Ich mach gar nicht, man kann einfach ein bisschen Platz. Ja, den Cleanstorm brauchen wir halt, und wir brauchen die Kohle. Obwohl, die brauchen wir ja nicht mehr so hart, wenn wir Cleanstorm haben. Das kann ich. Hm? Ops. Oh, egal. Passt schon. Passt bei dir halt, hast du wieder genug freshes Inventar? Ja, geht. Gut. Ich muss nur an neuen Sorgen gehen, in der Lava. Aber keine Dings, oder, aber keine, äh, äh, Cleanstone. Nein. Ja, ich hab hier fast alles zugekippt, ey. Doch, diese einmal ein Block gibt's noch, ja. So, wohin gehen wir dann weiter? Vielleicht hier hinten dann? Nein, wir brauchen dann Gänge. Da waren wir auch schon. Stimmt. Ja, Gänge weiterbauen. Ich bin zurückgehen und dann, äh, reinbauen. Ja, warum nicht hier weiter in diese massive Ding hier rein? Da ist bestimmt was. Gut. Ähm, ich war hier, glaub ich, ja. Jo. Oh yeah, jetzt geht's ganz normal weiter mit Stripmine. Nein, und nicht mit Höhlen erforschen. So. So, so, so. Ich hab keine Fackeln. Da plantet euch lieber irgendwie alles. Ja, aber ich setz sie immer nochmal. Kein Bock, dass ich da mir was baut und mir irgendwie hinterher rennt. Nein, direkt Wasser gerade, auf Wasser gerade getroffen, ey. Fuck you. Ah, hier ist auch Wasser. So, na. Ist das nicht das, wo wir hier schon, waren wir hier nicht schon? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ihr schon waren. Ja, einfach keine Orientierung mehr, irgendwann. So. Du bist nicht oder, oder der im Höhlen, wie ich. Du bist, du bist zu weit oben. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu weit oben. So. Grad hier wieder zubauen, dass mich hier nichts anfällt. So. Zack. So, und den schönen Mahitake Chil Toshikan. Oh yeah. So. Ja, jetzt wäre mal geil, wenn wir jetzt nochmal noch ein paar Mal auf Dias einfach so treffen, ey. Ist so. Gut. Noch eine Fackel wieder hier hinsetzen. Was? Kohle oder was? Nee. Oh. Gold. Eisen. Ja, einfach von einem Ding ins andere herkommt, ey. So. Ein bisschen Stein hier rein. Hopp, 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 hopp. Nein, das nicht. Das ist, wenn man zu schnell irgendwas macht. Oh, hier ist ein Spanner. Junge, gib dir. Und? Räuchst du gerade aus, oder was? Ich habe gerade zerstört. Sind da irgendwelche Viecher schon gemacht, oder? Zombie sind ja gespannt. Und irgendwas cooles? Na ja. Nicht wirklich. Zwei Satteln halt noch. Nee, hier ist ein Kleinbein. Pferdrüstung, ja. Weizen, Schwarzpulver. Slime macht hier irgendwo rum. Das habe ich immer tötet. Ja. Dieser fucking Monster. Und hier habe ich jetzt die ganze Zeit vor der Fresse. Sammel dich jetzt ein, ey. Ich muss gleich gleich mal wegkippen, ey. Oh, nächste Höhle. Mit Wasser hier gerade was vollgelaufen. Ach, das ist so eine Abzeugung von dem Ding dahin. Ich habe goldenen Pferde, Rüstung, ich habe einen Sattel. Hast du gerade aus den Kisten geholt, oder was? Ja. Junge, warum ist hier so viel Wasser? Aber ich brauche gerade wieder Cola am Ende. Junge, hier ist wieder so viel Obsidian und so eine Scheiße. Ich habe keinen Platz. Wasereimer. Ich habe auch einen Eimer. Ich habe auch einen Eimer. Okay, jetzt bin ich hier wieder in so einem Hauptraum, quasi. Nougat, äh. Was ist das für eine Höhe 11? Perfekt eigentlich. Naja. Geht, geht, geht. Oh. Oh. Jetzt auch noch Kohle, wo ich gerade bin. Weiß noch nicht wie viel. Oh, hier. Hm. Hier. Oh, das auch.